Ein herzliches Hallo von mir an euch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich hab mal Quentin ausgepackt. Ich glaub, den haben wir schon eine Weile nicht mehr hier gesehen. Und Quentin ist ein bisschen schüchtern. Ich finde aber immer noch, dass er in-game, also im Spiel, nicht ganz so hergemacht ist, wie in der Lobby. Natürlich trifft der! Ah, eingeblieben! Okay, er geht zu Quentin. Müsst ihr mich heilen? Sehr gut. Da unten ist die Klüri. Dann können wir gleich mal gucken gehen. Ich guck nur kurz hier oben ab, hier ein Tod im Städt. Vielleicht haben wir ja Ruin direkt hier oben. Wo bringt der Quentin denn hin? Ruin ist nicht hier oben. Was? Oh! Das tut ihm hier gebrannt. Mist. Ja. Ah. 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 Ich weiß nicht, wie es andere Leute hinbekommen, zu blenden. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Der jagt sich wieder die Lea. Wir müssen Ruin finden. Das war nicht Ruin. Ist auch nicht Ruin. Aber gegebenenfalls nötig. Wow! Die Frage ist, aus welcher Ecke kam der? Ja. 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 Tschüss. Ich verplempe halt hier auch die Zeit, ne? Alles klar. Ja. Ich seh nie die Leute. Die da am Gras hocken. Und Falle. Ich habe auf den Boden geguckt und nicht auf den Killer. Ja. Aber ich schien noch nicht. Cool. Ich bin ja nur fast dort hinten lang. Oh, bitte nicht von links. Pass auf. Nein. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja. Ja. Warum kriegst du? Es ist ja nicht wie mit einer Heck. Warum? Oh, ich habe ja Dingsbums. Ich hätte mich gar nicht verstecken müssen. Ich habe Vertraulich dabei. Ich bin mir sicher, er hat die Shae getrapped. Zumindest die Treppe. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher. Ich habe keine Glühne, Clue-Di. Nee, er macht auch nichts mehr. Ach Mist, wieso ist er nicht... Wie gut wäre das gewesen, wenn er in die Falle getreten wäre und ich wäre runtergekommen. Wahrscheinlich wäre ich zwar in die Falle daneben getappt, aber... Ich muss halt leider sagen, ich finde diese Trebbies, die die Haken mit Fallen rumzingeln, irgendwie doof. Ja, man kann ihn so spielen. Ich würde aber eher irgendwie in die Generatoren die Fallen bauen. Oh Gott, Clue-Di. Vorsichtig. Ja gut, jetzt bin ich tot. Das war aber allerletzte Millisekunde. Nee, ja, der letzte Generator hätte an sein können. Ja gut, jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht, an welchem Generator sie vielleicht arbeitet. Bei uns ist die Luke. Wo sind die anderen? Der Jen ist auf Null. Was hat denn die Näher gemacht? Wo ist der letzte Jen? Da hinten, auf dem kleinen Boot. Ich weiß nicht, dass wir die hier, die 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 Ja, zieh doch durch. Oh mein Gott. Holt er eine Trap? Ja. Scheiße. Er kommt. Er hat sogar noch nöt. Habe ich es erst gesagt, dass er am Ende noch nöt hat oder habe ich es nur gedacht? Ja gut. Ja. Die anderen am anderen Tor hatten jetzt halt den Vorteil, dass er mit mir beschäftigt war und konnten den Ausring aufmachen. Ähm. Joa. Joa. Ich habe aber, okay, wenn wir die 5000 Punkte fürs Entkommen wegnehmen, ja, habe ich die meisten Punkte gemacht diese Runde. Das ist mir immer sehr wichtig zu erwähnen. Ähm. Ja. Schade. Ich wäre gerne rausgekommen, aber sollte nicht sein. Gut. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Äh. Äh. Wodka schreibt gerade wieder mal irgendwas auf Russisch. Ich werde das wieder verdecken. Äh. Äh. Sorry, aber warum müssen, warum denken russische Mitbürger, dass sie die, die, die Herrscher über die Sprache sind und immer alles auf Russisch schreiben müssen? Der Killer schreibt doch gerade bitte in Englisch. Aber. Egal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal sehr gerne wieder. Vielleicht kommen wir dann auch mal wieder raus. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye.